Modelltest Goethe-Zertifikat A2 Hören Teil 1 Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Und hier das Wetter. Langsam fängt der Sommer an. Heute, am Mittwoch, ist es noch etwas kühl. Aber morgen können wir uns auf Temperaturen von über 25 Grad freuen. Und so bleibt es auch bis Ende der Woche. Sonnig und warm. Am Wochenende gehen die Temperaturen wieder zurück bei weniger Sonne, aber es bleibt trocken. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier das Wetter. Langsam fängt der Sommer an. Heute, am Mittwoch, ist es noch etwas kühl. Aber morgen können wir uns auf Temperaturen von über 25 Grad freuen. Und so bleibt es auch bis Ende der Woche. Sonnig und warm. Am Wochenende gehen die Temperaturen wieder zurück bei weniger Sonne, aber es bleibt trocken. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Hallo Susanne, hier ist Tom. Am Montag machen wir doch unser Abschlussfest im Deutschkurs. Getränke und Essen haben wir schon geholt. Aber denkst du bitte an die Blumen für Frau Berger? Du hast doch gesagt, dass du sie kaufen willst. Dann haben wir ein schönes Geschenk. Musik bringt Laura mit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Susanne, hier ist Tom. Am Montag machen wir doch unser Abschlussfest im Deutschkurs. Getränke und Essen haben wir schon geholt. Aber denkst du bitte an die Blumen für Frau Berger? Du hast doch gesagt, dass du sie kaufen willst. Dann haben wir ein schönes Geschenk. Musik bringt Laura mit. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Guten Tag Frau Berger, hier Gundula Groß von der Firma IT-Consult. Wir wollten uns doch am Mittwoch um 12 Uhr bei mir im Büro treffen. Ich habe aber vorher einen Kundenbesuch und würde mich gern mit Ihnen im Café zum Markt treffen. Bitte rufen Sie mich doch an und sagen Sie mir, ob das in Ordnung ist. Meine Mobilnummer haben Sie ja. Danke. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag Frau Berger, hier Gundula Groß von der Firma IT-Consult. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Konzert der Hip-Rockers heute Abend in der Stadtfabrik muss leider wegen Krankheit zweier Bandmitglieder ausfallen. Wir hoffen, dass das Konzert im Januar oder Februar stattfinden kann. Wann der genaue Termin ist, sagen wir Ihnen, sobald wir das wissen. Sie können sich auch auf unserer Webseite informieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Konzert der Hip-Rockers heute Abend in der Stadtfabrik muss leider wegen Krankheit zweier Bandmitglieder ausfallen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 5. Hallo Andrea, hier ist Jasmin. Ähm, wir wollen doch später essen gehen. Du, das schaffe ich nicht. Ich habe starke Rückenschmerzen und mir geht es nicht so gut. Komm doch zu mir. Wir könnten zusammen bei mir essen und uns aus der Pizzeria nebenan eine Pizza bringen lassen. Ins Restaurant können wir ja nächste Woche. Kommst du? Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Andrea, hier ist Jasmin. Ähm, wir wollen doch später essen gehen. Du, das schaffe ich nicht. Ich habe starke Rückenschmerzen und mir geht es nicht so gut. Komm doch zu mir. Wir könnten zusammen bei mir essen und uns aus der Pizzeria nebenan eine Pizza bringen lassen. Ins Restaurant können wir ja nächste Woche. Kommst du? Ende Teil 1 Hören Teil 2 Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Was haben die Leute am Sonntag gemacht? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus. A bis I Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel. Hallo Rosa, hattest du einen schönen Sonntag? Hallo Robert. Schön? Na ja, es ging. Ich musste den ganzen Tag für die Prüfung lernen. Aber es war okay. Ich bin zufrieden. Leider konnte ich nicht mit Eva schwimmen gehen. Ich hatte einfach keine Zeit. Sie hören jetzt den Text. Und ist Eva dann alleine schwimmen gegangen? Nein, sie hatte keine Lust. Sie hat den ganzen Tag Tischtennis im Sportverein gespielt. Und was hat dein Bruder gemacht? Oliver? Der wollte zuerst eine Radtour machen. Aber dann hat er gemerkt, dass sein Fahrrad immer noch kaputt ist. Das wollte er doch schon längst reparieren. Ja, hat er aber nicht gemacht. Also ist er joggen gegangen. Am Abend hat mich Gerard noch angerufen. Er hat mich in den Club eingeladen. Er hat dort mit seiner Band Musik gemacht. Er spielt ja so gut Gitarre. Und er wollte, dass ich vorbeikomme. Aber ich hatte ja keine Zeit. Laura würde auch gern Gitarre spielen. Haben die beiden zusammengespielt? Nein, Laura wollte nicht. Sie denkt, dass sie noch nicht so gut ist. Laura ist ins Kino gegangen. Was hast du gemacht, Robert? Ich wollte zuerst Fußball spielen, aber dann hat mir mein Bein weh getan und ich bin doch zu Hause geblieben und habe den ganzen Tag fern gesehen. Wie langweilig! Ende Teil 2 Hören Teil 3 Sie hören fünf kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Herr Schneider, wie kommen Sie zur Sprachschule? Ich wollte zuerst den Bus nehmen. Aber mein Kurs ist abends und geht bis 21 Uhr und da fährt der Bus nur selten. Ich würde ja gern mit dem Fahrrad fahren, aber nicht nachts. Also nehme ich das Auto. Mit dem Rad fahre ich wieder, wenn ich vormittags einen Kurs habe. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Julia, was möchtest du zum Frühstück? Soll ich Eier und Wurst kaufen? Äh, nein. Wurst mag ich nicht zum Frühstück. Und Eier haben wir noch im Kühlschrank. Aber vielleicht kannst du frische Brötchen kaufen. Wir haben nur noch altes Brot. Gute Idee. Dann gehe ich schnell einkaufen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Herr Paulsen, danke, dass Sie vorbeigekommen sind und nach den Fenstern geschaut haben. Die schließen jetzt wieder. Aber es gibt doch noch ein Problem. Ja? Die Heizung wird nicht richtig warm. Es ist immer noch kalt in der Wohnung. Okay, dann kommen wir noch einmal vorbei. Geht denn der Aufzug jetzt? Ja, der funktioniert gut. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Guten Tag, haben Sie schon gewählt? Haben Sie Suppen? Natürlich, eine Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Haben Sie die Gemüsesuppe auch ohne Fleisch? Ja, natürlich. Möchten Sie die Suppe mit Brot? Nein, bitte ohne Brot. Mhm. Und zu trinken? Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Frau Schneider, Sie waren gestern doch bei uns in der Praxis. Ja, ist etwas nicht in Ordnung? Ja, Sie haben Ihr Rezept für die Schmerztabletten nicht mitgenommen. Oh, wann kann ich es abholen? Zu unseren normalen Öffnungszeiten. Es ist unterschrieben und liegt am Empfang. Vielen Dank, ich komme heute noch vorbei. Ende, Teil 3 Hören, Teil 4 Sie hören ein Interview Sie hören den Text zweimal Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein Lesen Sie jetzt die Aufgaben Sie hören jetzt das Beispiel Tobias, ich darf Sie doch mit Ihrem Vornamen anreden? Ja, klar. Also, Tobias, wir sprechen ja heute darüber, wie man eine Wohnung finden kann. Sie hatten Glück? Ja, ich unterschreibe nächste Woche meinen Mietvertrag und dann kann ich in die Wohnung. Sie hören jetzt den Text Und wie haben Sie die Wohnung gefunden? Zuerst habe ich natürlich die Wohnungsanzeigen im Internet gelesen. Es gibt dort sehr viele Angebote, aber alle Wohnungen, die ich bezahlen konnte, waren außerhalb und ich möchte im Zentrum wohnen. Und gab es Angebote in der Zeitung? Nicht viele. Viel weniger als im Internet. Dann habe ich natürlich Freunde und Kollegen gefragt, die wussten auch nichts, haben mir aber den Tipp gegeben, selbst aktiv zu werden. Was heißt das? Ich habe überall, in Cafés, im Supermarkt, auf der Straße Zettel aufgehängt, dass ich eine Wohnung suche und dazu geschrieben, dass es auch kein Problem für mich ist, die Wohnung zu renovieren. Und dann hat mich eine Frau angerufen. Sie hätte eine Drei-Zimmer-Wohnung im Zentrum, günstig, und wir haben einen Termin gemacht. Und es hat geklappt. Die Wohnung ist schön, sie liegt zentral, aber leider ist sie nicht sehr hell und ich muss noch viel renovieren. Aber ich habe ja geschrieben, dass das kein Problem ist. Also für unsere Hörerinnen und Hörer unser Tipp. Wenn Sie eine Wohnung suchen, werden Sie selbst aktiv. Schreiben Sie Anzeigen und hängen Sie sie überall auf. Und vielleicht schreiben Sie auch, dass Sie bereit sind, im Haus etwas zu tun. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und wie haben Sie die Wohnung gefunden? Zuerst habe ich natürlich die Wohnungsanzeigen im Internet gelesen. Es gibt dort sehr viele Angebote. Aber alle Wohnungen, die ich bezahlen konnte, waren außerhalb. Und ich möchte im Zentrum wohnen. Und gab es Angebote in der Zeitung? Nicht viele. Viel weniger als im Internet. Dann habe ich natürlich Freunde und Kollegen gefragt. Die wussten auch nichts, haben mir aber den Tipp gegeben, selbst aktiv zu werden. Was heißt das? Ich habe überall, in Cafés, im Supermarkt, auf der Straße Zettel aufgehängt, dass ich eine Wohnung suche und dazu geschrieben, dass es auch kein Problem für mich ist, die Wohnung zu renovieren. Und dann hat mich eine Frau angerufen. Sie hätte eine Drei-Zimmer-Wohnung im Zentrum, günstig, und wir haben einen Termin gemacht. Und es hat geklappt. Die Wohnung ist schön, sie liegt zentral, aber leider ist sie nicht sehr hell und ich muss noch viel renovieren. Aber ich habe ja geschrieben, dass das kein Problem ist. Also für unsere Hörerinnen und Hörer unser Tipp. Wenn Sie eine Wohnung suchen, werden Sie selbst aktiv. Schreiben Sie Anzeigen und hängen Sie sie überall auf. Und vielleicht schreiben Sie auch, dass Sie bereit sind, im Haus etwas zu tun. Ende Teil 4